Yoho, ihr Sähmatrosen, wir sind hier bei der Gavy und mit dabei ist Kenji Ja, ne, ich bin nicht bei der Gavy dabei, die kannst du alleine haben Alter, hör dir die Stimmen von den Leuten hier an, das ist so abartig, ich pack's nicht mehr Hör dir das mal an, wenn die reden, warte Kann ich hier irgendwie sagen, kann ich das ja zwingen, dass die was sagen? Ja, 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 mit, äh Mit X Ich glaub, die könnten nix dafür, das war einfach früher die Briten Oh, ne, nicht so schlimm, niemals Oh, stimmt, nein, ich hab ja Granaten dabei, ich hab keinen Tee Verdammt, wenn ich das nächste Mal sterbe, gibt's bei mir Tee Ja, magst du Tee? Oh, ja, gib mir schon mal Tee Oh, yeah, it's Tee-O-Time, oh, dankeschön Oh, ich, ich, jetzt kann ich einen Tee trinken mit R Oh, let's have our five o'clock tea, okay Scheiße Wo sind die Cracker? Wieso ballern die überhaupt schon alle? Die Schiffe sind noch nicht mal in der Nähe Was, was wir Okay, vor uns kommen die Piraten Lab mal die Steuerbohrzeit, also links Lab mal links alles bereit Ich muss mal die Team-Chat ausschalten Ja, ja, hab ich schon lange, sonst hört man mich nicht, wenn ich rede Was wollt ich sagen, was man unbedingt noch bräuchte, wär so nen Piraten-Problem und der Cracker Oh, ja, das wär ein geiles Feature Achtung, Achtung, auf der Seite und Feuer, Feuer, das wird ein Treffer, das wird gleich mein erster Treffer in dem Spiel, oder? Oh, Damage Crew, yes Nachladen, nachladen, hilf mir, hilf mir dabei Ganz schnell nachladen, das muss schnell gehen Und hilf mir mal, die sind direkt gegenüber Oh Gott, wenn die gleich wieder feuern Warte, ich feuer gleich Ja, bitte schnell, die sind gleich direkt gegenüber Ich seh scheinlich, ich krieg gleich ne Kugel ab, oder? Feuer doch Ich muss das reparieren Nachladen Nachladen Feuer Cannonball Stopfen 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 Wieso treff ich nicht? Du musst ne relativ lange Vorlaufzeit dem Ding geben Komm schon, komm schon, komm schon Oh, das wird ein Treffer Komm schon Oh, Crew Ne, das war nicht meiner Shit, ich glaub ich hab gemisst Ja, wenn wir da mal näher ran könnten, dann könnten wir sie entern Das wär auch cool, aber das muss der Captain erst befehlen Wir könnten auch einfach mal unter Bord schießen Weißt du, was diese Kleinkanonen, wo normal dasteht Sind die dann da, um die Leute kaputt zu machen, oder um Löcher reinzuballern? Die machen auch Löcher, glaub ich Gut, dann schieß ich jetzt mit den Kleinen einfach mal ein bisschen Ich hab geladen Perfekt, ja Wir verfolgen sie gerade Also ich schieß gerade einfach gerade drauf Ah, ich komm nicht mehr drauf Nein, jetzt sind sie halt straight vor uns Ich will nicht swivel Oh, wir haben Backfort Genau, wir haben Backfort Komm mal nach vorne Jo, perfekt Mach dir ein Segel kaputt, Oberwart Kenshin Oder bist du der Smoothie? Ja, bin normal Nein Ich bin Captain, aber Sack Da Captain Sind wir schon größenwahnsinnig Bei der Gavy bekommst du keinen Kapitänsposten Oh, oh, Backbordseite Bemannt die Kanonen Bemannt die Kanonen Wo? Da, rechts, 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 rechts Oh, komm schon Feuer, 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 Feuer Komm schon, das wird ein Treffer Oh, das wird eine oder wird keine Hab ich getroffen? Yes, ich hab getroffen Rammen, Rammen Ram, 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 Ram Ram? Wo denn? Ich kann nochmal feuern Ist fertig Achso Push, push Und einfach anzünden Anzünden Feuer Oh, mein Schuss hat verfehlen Shit Ich schieße wieder mit den Kleinen Wir brauchen Supplies Ich hole schnell Supplies Ja, hol Supplies Ich bleib dabei auf der Kleinen Boah, das ist gerade ein Gemetzel Drei Schiffe von uns gegen zwei von denen Und wir müssen aufpassen, dass wir nicht unsere eigenen treffen Was wir gerade machen Wir treffen unsere eigenen Ja, wir schießen gerade eiskalt auf unser eigenes Oh mein Gott, das sind jetzt alle Schiffe auf einem Fleck Schau dir das an Mit? Das sind jetzt wirklich alle in einer Position Oh Gott, und wir rammen die bald, wenn das so weitergeht Schau, dass die rechte Seite auch nachgeladen ist Ich kann auch nicht bereit Okay, sind nachgeladen Ich bin... Steh du bei der? Genau, und ich steh bei der Und? Feuer, 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 Feuer Komm schon, die Kleinen Hab ich getroffen? Nein, ich bin... Oh shit, das war schlecht Oh, direkt neben uns Direkt neben uns Versenkt sie Na? Versenkt sie Oh, ist es untergegangen? Das sieht aus, als wäre es untergegangen Stopfen, stopfen, stopfen Stopfen, stopfen Achso, bereit Aber wir haben wieder... Feuer, Feuer, Feuer Und Feuer Und... Oh, Enemy Kill Ich hab Kill Ach, seht sie Du bist des Todes Kanonier-Yukai ist an den Kanonen Reloading Oh, Reloading Oh, Reloading Kenji Reloading Ja, jetzt hol mal deinen Ramrod Okay, ich stopfe Ich stopfe mit meinem großen Schlong da tief rein Okay, ich glaube, das kann ich nicht mehr als Jugend frei verkaufen Feuer, 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 Feuer Komm schon Das wird ein Volltreffer Oh, Doppelkill Ich hab Doppelkill gemacht Oh Gott, ich wurde auch zerlegt Ich hab's gesehen Oh shit, ich verblute Das ist Instant Cover Erstmal Tee trinken Oh, zu spät Bin schon verblutet Oh, das nächste Mal nominiere ich mich als Captain Ich bin jetzt schon der perfekte Gefäßgeber hier Needs Powder Oh, Needs Power Equip Ramrod Yeah Ich kann nicht mehr diese Voices Das machen mich kaputt 1A-Voice acting Oh, ja In der Erweiterung kann ich Stativ spielen Oh, ich müsste doch Erster sein, oder? Bin ich nicht der Beste? Komm schon Abstand nicht Oh, ich bin sogar relativ weit Aber ich bin über dir Das ist alles was wichtig ist Na, what's up, wenn ich mal aufs gegnerische Schiff komm Tja, als ob du da nur irgendwas triffst Ich zerstemme die Segel Komm schon, komm schon Und jetzt I got something for you I got something for you Oh Yeah, zwei Hits Reached Level 4 Wir kriegen die Segel Bist du auch schon Level 4? Nein Das kann man halt nur als Vada Pro War das kein Gegner? Ne, das waren wir Der sah grad so mit zerrissenem Outfit aus Wie läuft's eigentlich? 98... 91 zu 98 Wieso sind wir schon wieder hinten? Weil die unser Steam-Mads haben Hallo, ich bin 4, 5, 6, 7, 8er Also bitte Oh Gott, wir brauchen Nachschub Supplies Ähm, jetzt haben wir schon Supplies bekommen Was mach ich, wenn ich hier noch Supplies hab? Kann ich die irgendwie wegschmeißen? Ah, ich kann sie wegschmeißen Kann man das, ja? Oh, yes Yes Was macht unser Captain hier? Ja, der fährt doch gerade gut Wir können auf der Bugboardzeite Können wir gerade schön feuern Wir können feuern? Ja Noch ganz kurz warten, dann erwischen wir das kleine Schiff Kurz warten... Nicht feuern! Oh mein Gott! Der hat das kurz warten sollen, komischer Typ Oh, nevermind, der hat das Schiff getroffen Schuss Ich hab keine Ahnung wie weit diese Pistolen reichen Boah, das hab ich mich auch schon gefragt Das ist das... Oh, direkt vor uns Ach komm schon, Captain Enter die Machen wir die einfach in dem Schwertkampf fertig On the left Oh, warte, das ist unser Schiff On the left Aber da, da vor uns Ja, das Piratenschiff Jo, das Piratenschiff Ich hab schon draufgeballert zweimal Boah, der gibt mir gerade ne Breitseite Ich will auf das Schiff Ich auch, aber irgendwie unser Captain will nicht boarden Requires Captain's Order steht auch da Ah, das ist wenn Graebling hockt Oh Gott, wie der schreit Boah Needs Powder, Powder Kenji, Powder nach Nix, ich bin an meiner Swivel Achso Oh Gott Boah, das war grad close Fast hätte ich nen Schuss abbekommen Oh Gott, ich hab Angst Seh nix, die Sonne brenntet Das sind Ausreden Yes, yes, yes Volle Breitseite Aber volle Karne Ja, das kriegen wir Das kriegen wir Das ist sowas von down Das ist sowas von down, ja Boah Hanten Oh, und Nachschub holen Nachschub holen, ich hole Nachschub Wie, ich hab verfehlt Wie kann ich denn da verfehlt haben? Oh mein Gott Wow, jetzt gehen die Supplies aus Was machen wir ohne Supplies? Ich hab grad einfach ins Schiff geschossen Und jetzt hab ich nen Kill bekommen Oh, wir haben das Schiff zerstört Wir haben's geschafft Ja, aber das eine Leiter, Leiter, Leiter und Feuer Nein, 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 nein Wir gehen zu weit, oder? Trifft das noch? Oh, schon wieder ein Mist, ey Ich zieh mir die ganzen Punkte hier ab, weil ich daneben schitz, ey Ja Das eine fährt weg Was ist denn das für ein komischer Evolver? Boah, der hat ja sauviele Schuss fast schon Drei Stück, oder? Äh, ne Vier, Fünf Der dreht das einfach immer weiter Muss der auch mal nachladen Ja, Tatsache Oh mein Gott Oh mein Gott, dauert das Nachladen davon dafür lang Ich lad immer noch nach Jetzt aber Nice, ich hab grad jemand gefehlt So Push und Equip line Oh, wir versenken das Schiff Ja Oh mein Gott, wir müssten grad von unten schießen Die liegt man so tief, dass unsere oberen Kanonen das nicht mehr treffen Nice Oh, nice Ey, ich find die unteren Kanonen richtig bescheuert Man sieht so wenig Jep Oh Gott, wir wurden geboardet Äh, wir boarden die jetzt Äh, wo sind denn die? Vor uns, oder? Ja, da vor uns sitzt sie Ja, die sind auf einem anderen Schiff Wo, nein, nein, die sind wenn du vorne runter springst Und boarded sie, ich bin auf einem Piratenschiff Ich trinke erstmal Tee bei den Piraten Die respawnen hier jetzt gleich vermutlich mal Ich glaub das Schiff ist schon versenkt, ja Das Schiff ist Ich wurde grad erschossen Kann ich auch irgendwie auf mein Schiff hoch? Ja, da, nein, da wären gerade Segel gewesen Shit Ah, da ist nochmal ein Piratenschiff, siehst du's? Äh, ne, ne, ich bin ganz tot Oh, calm down Oh, calm down Können wir die boarden? Welche, welche, welche? Ah, die, 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 die Die hinter uns Und hinter uns? Links von uns jetzt gleich, oder? Komm die Ach Gott, wir brauchen nochmal Nachschub Ich hol nochmal, ich hol nochmal Supplies Ah, sie sind direkt hinter uns gerade Auch, wir haben unten Holes Und unsere Segel sind kaputt Oh, wir müssen überall Oh, wir haben den Gegner an Bord Oh, wir müssen überall Was, wir haben den Gegner an Bord? Wo? Was? Ich hab doch gerade nachgefü- Ich glaub ich hab nen DC Hallo? Ach, wir haben gewonnen Yo, tail the Navy In the Navy Okay, nochmal die Navy Immer zweimal, zweimal, oder? Ja, wir können nochmal die Navy spielen In the Navy Ah, rate mal wer über dir ist Ne, oder? Oh mein Gott, dieses Luck Luck, wieso bist du über mir? Wahrscheinlich weil ich so oft daneben geschossen hab Weil ich ne Tod weniger als du hab Und zwei Kills mehr Und nicht mit der Kanone Navy, Navy, Navy Navy, und? Äh, lass mal nicht auf das Riesen-Shit Äh, lass auf die Pink Tiger Oh, auf die Pink Tiger Okay, wir gehen auf die Pink Tiger Die ist, die, die ist perfekt für dich Die Pink Tiger So, okay Vote for me So, wir probierens nochmal Komm schon, vote für mich Nein, nein, ich will dich nicht als Captain Ich bin der geborene Captain Also dieses bisschen Steuern Da, da bin ich besser Da bin ich garantiert besser als er Ah, wenigstens haben wir diesmal schönes Wetter Votet für mich Ein Vote Komm schon, gib mir dein Vote, dann bin ich Captain Ich brauch noch ein Vote Drück T und klick auf mich Geht nicht, ich krieg kein Maus T, 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 einmal drücken Nein, funktioniert nicht Shit Komm schon, ich schaff das trotzdem Ich werd der Captain Nein! Nein! Ich wurde nicht der Captain Verdammt Ich meutere Welcome aboard Salami Ähm, Mut Was, was bist du? Welcome aboard the Salami Ach, jetzt heißen wir die Salami Okay Äh, wir sind an der Salami Äh Das gegnerische Schrift heißt Old Drunken Whore So, machen wir schon alle Kanonen hier mal ready, oder? Die sind doch alle ready, oder? Ne, ne, da sind doch viele nicht ready hier Ach, die musste man alle laden, aber einfach Jo Das verstehe ich aber ehrlich gesagt auch nicht Ich dachte man würde mit Fertigpannonen spawnen Bitte sag ich spiel einen weiblichen Charakter mit dieser Voice Wo bist du? Äh, mittendrin bist du das? Ah, hi Männlich Oh Gott, also die Stimme, die war ja sowas von weiblich Danach müssen wir mal kurz aus dem Server raus und mal unsere neuen Customizing-Einstellungen anschauen Ja Ähm, Mealy is constantly being worked on, thank you for all your feedback, okay So, ach ich Ich hab im letzten Game einen runtergesnipet von seinem Schiff Lord Aber ich weiß halt nicht wie effektiv die Range von der Muskete ist und ob die ein Bullet-Drop und alles hat Oh, ich hoffe unser Captain ist jetzt aber auch Fan davon öfters die Leute zu entern Ich find das viel geiler ehrlich gesagt Ja Oh, da vorne, vorne sind schon Gegner Ich glaube aber die kleinen Schiffe Let's load the cannons Let's load the cannons Ich glaub halt, dass die kleinen Schiffe zum entern besser sind als die großen Ja klar weil sie viel manövrierbarer sind Da ist dieser Drecks-Captain Meutere mal, klick mal auf Meutern Wir müssen meutern, ich möchte der Captain werden Verflucht, verflucht, die schießen schon Was? Oh, ich seh's, ich seh's Oh, ich hab ne Swivel gekommen Komm schon, trifft das Oh, das könnte genau in Backboard rein Und? Daneben, oder? Achso, es war nicht mein Schuss, okay So, da ist noch ein kleines Piratenschiff, da kann man die Segel zerstören Wo bist du gerade? Ich bin an der Swivel und schieß aufs Schiff Ich auch, da bist du genau, ne warte, du sahst vorhin anders aus Oh, ich treff Nix Swivel sind die Anti-Sail-Dinger, oder? Ne, das sind die, die kleinen Kanonen Die können auch noch, die schießen auch diese normalen Kanonen irgendwie Feuer, Feuer, Feuer Hab ich getroffen? Oh, yes, damaged enemy ship Nachladen, nachladen, nachladen Ganz schnell Hold on a minute, I'm reloading I'm reloading Okay, und Feuer, Feuer Ach, dieses ran pushen, das kotzt mich an Wieso kann ich denn nicht feuern, wenn das nicht ran gepusht ist? Da müsste ich's mindestens schon anziehen können Anzünden, nicht anziehen Das ist ne gute Frage, aber irgendwie fährt unser Captain grad weg von denen Ja siehst du, meutern, meutern sag ich Ah, da vorne, da vorne ist ein neues Schiff Wo? Oh, 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 oi Nice, nice, nice Ach, needs powder, shit, ich muss hier erstmal nachladen Cannonball rein Stopfen, stopfen, stopfen Stopfen, noch mehr stopfen Pushen Leiter equipen und Instant feuern, dann krieg ich's noch hin Ah, verflucht Feuer Ah, oder? War's ein Treffer oder nicht? Okay, war ein Mist Ach, verdammt Wie sieht's punktetechnisch aus? Wo bin ich? Ich möchte erster sein Ach, die haben da ihren Spaß und wir dürfen nicht mitentern, voll traurig Ja, der soll da mal ran fahren, ey Oh, er, ich glaube er entert sie, er versucht sie zu entern Oh, auf dieses spitze Ding, los, 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 entern Ich komme, ich komme Nein Yes, ich bin auf deren Schiff Ne, warte, das ist unseres Nein, das ist das Gegnerische Das sind wir grad Piraten Ne, wir sind doch grad die Navy Das ist Navy Ist aber ein Piratenschiff Oh, ich habe jemanden gedötet Das ist ein Piratenschiff? Ich sehe hier Navy Flaggen Haben wir so... Ne, ich bin auf dem Navy Schiff Wieso bin ich... Ja, das zwischen uns war aber ein Piratenschiff, das jetzt untergegangen ist Ich glaube ich bin jetzt nicht mehr auf dem Schiff, wo ich gestartet bin Ne, du bist grad auf dem freundlichen Navy Schiff, was das Piratenschiff attackiert wurde Oh, Mann Komma dann, Kenji, wieso? Ich bin auf der Nose Wow, und ich habe keine Rechte hier irgendwas anzuklinken We need repairs on my beautiful ship Oh, we need repairs on my beautiful ship Oi, wir gehen unter Wie, ihr geht unter, dann bleib ich vielleicht doch auf dem Schiff hier gleich Ne, ich helfe meinen Matrosen, Suicide einmal, ich muss bei euch wieder spawnen, ich muss euch helfen We need repairs on my beautiful ship Das ist so gay Die Stimmen Das glaubt ihnen in 100 Jahren keiner, dass das ein Kerl war Hurry up and load the starboard cannon Also bitte, der ist, das ist kein Mann Oh, Alter, wir haben echt Seegang gerade Wo ist denn die Pumpe? Ach, wir haben nur eine Pumpe auf den kleinen Schiffen Die haben nur eins, ja Oh, oh, wir werden gehen Wow Wow Wow, wir werden richtig heftig geentert Ach du Scheiße In 10 Sekunden respawnen wir erst Komm schon, das schaffen wir Das sind noch welche an Bord, das sind noch welche an Bord Der Einer Zwei Ich krieg ihn nicht Oh Gott, wir gehen unter Hab ihn, hab ihn Alle? Ne, alle nicht Das war jetzt der letzte glaub ich Ich pumpe, ich pumpe, ich pumpe Oh Gott, wir wurden gegrappelt Boarding started, board the enemy ship and kill the crew to capture it, okay Das heißt jetzt ist der respawn auch langsamer, ne? Ich hab keine Ahnung Oh Gott, oh Gott, oh Gott, aufpassen Komm schon, ein Sniper Schuss muss jetzt her Nein! Aua! Oh, der hat mir ne Granate reingehauen Ja, die hat mich auch fast erwischt Boah, 83 Sekunden respawn Zeit Bitte was? Ja, grappelt, weil wir gerade gegrappelt wurden Die könnten jetzt an unser Schiff übernehmen, wenn sie das schaffen Holy Shit Komm schon, catchy Schieß ihn ab Oh, fast Äh, ich hab ihn, er ist tot Echt? Oh, nice, nice, nice 64 Sekunden Ey, du könntest jetzt mit nem Schwert, glaub ich, die Grapples zerstören Ja, Grapples has been released Nice, ich bin so gut, äh, ich hab zwar nix gemacht Aber wir respawnen wir nicht Ich will respawnen bitte Oh mein Gott Boah, sind da viele auf dem Schiff Oh, nice Dodgen Oh, ich will wieder mitspielen, verdammt Aber ich muss der letzte auf unserem Schiff Ich glaub, unser Schiff wurde übernommen Ja, wenn alle tot sind, wenn wir gegrappelt wurdest, äh, 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 gegrappelt wurdest, wirst dein Schiff anschein kaputt Boah Oh Gott, die Piraten haben ja noch gar nichts verloren Wow, wir werden schon wieder so gerackt Meutern, eindeutig meutern Schade, dass man nicht mehrere einzelne Pistolen haben kann, so wie in den Piratenfilmen, weißt du, wo du so schießt, wegwirfst, schießt, wegwirfst Achso, Reaper-Style aus Overwatch Ja Komm schon, Feuer Ist das überhaupt ein feindliches Schiff? Ich bin mir nicht sicher Ist dir eigentlich schon mal aufgefallen, dass Reaper Shotgun-Kugeln an seinem Anzug dran hat? Äh, nein Hm, nope Das macht überhaupt keinen Sinn, weil er seine Waffen einfach wegschmeißt Ja, wozu nachladen, hallo? Treffe ich überhaupt? Ja, eben Ich treffe hier nicht Wie viel Reichweite haben denn die normalen Kugeln hier? Keine Ahnung So, vielleicht, wenn wir noch ein bisschen weiter gehen, ein bisschen weiter, vielleicht treffe ich sogar Ich probier's einfach Komm schon Reicht das schon? Reicht das? Und Anzünden Anzünden Komm schon Das trifft, das trifft, ich spüre das trifft Da wurde ein Schiff von uns geboordet War das ein Treffer? Okay Ach, wir entern sie Los, get ready Ich bin schon ready, ich steh oben auf dem Haus Ach, ich auch Nein, ich bin runtergefallen Scheiße Kann ich irgendwie wieder hoch? Kann ich einfach... Nein, bleib da Oh mein Gott, ihr Bastarde Wieso? Ihr lasst mich einfach zurück Kennt ihr nicht? Mann überbord Ach, komm schon Really? Really? Ich glaub, du wirst hier zurückgelassen Ja, ich wurde zurückgelassen Ihr könnt mich doch mal Oh, flucht, ich bin runtergefallen Okay, das ist lustig, wenn es jemand anderem passiert Dann ist es wirklich lustig Na, passt, passt, ich hab mich wieder gefangen Frechheit, wie hast du dich wieder gefangen? Ich bin auf dem Seil gelandet Also, oh, Lack Au, au, au Bording! Bording! Auf geht's Ich seh nur noch keinen von denen Ich auch nicht Ja, jetzt Wow, ich hab mir grad alles gebrochen beim Sprung nach unten Ich geh jetzt erstmal auf das feindliche Schiff und trinke einen Tee Okay Wow, toll Wir haben's, wir haben's Ja, bei mir komm ich jetzt wieder nach oben Seil hochklettern Ach, da kann man hochklettern Oh, lol Easy Aber die kommen auch gleich hier hoch Das ist nicht gut Ich muss kurz was trinken dafür Das ist so gay Oh Gott, links, links Feuer links Feuer links, wenn du kannst Ähm, mit was denn? Mit Kanonen, mit allem Oh, Doppelkill Oh, shit Mich hat ne Kugel geschaffen Ich hab einen von ihnen erwischt mit der Pistole Die bohrten uns Die bohrten uns Achtung Wo ist denn meine Pistole? Da ist einer mit ner Miliewaffe Oh mein Gott, ich wurde erschossen Das ist sauschwer Oh Gott, schon wieder so ne lange Todeszeit Ja, weil die uns gegrappelt haben Ach, shit Aber ich glaub, die haben mehr Leute verloren als wir Wir könnten den Fight dieses Mal gewinnen Ich glaub auch Ich glaub, dass wir diesmal die Advantage haben Jo, 18 Oh Gott Wir verlieren aber sowas von Unser anderes Navy Schiff wurde gerade zerstört Oh, an unserer Seite Hatti, schaffst du? Komm schon, töte ihn, Hatti Nein Eins gegen eins, Hatti Hatti, 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 ho Ein einzigster ist noch ein Gegnerschiff, glaub ich Wow, er ist gestorben Ne, das war Hatti What does the fuck say? Hatti, Hatti, Hattow Nein Hat jetzt der Ja, er hat's verkackt Er hat das letzte eins gegen eins verkackt Die Navy hat verloren Die übermächtigen Piraten haben gewonnen Nun gut, Leute, wir sehen uns im nächsten Part Kenji, finale Worte Naja, verloren mal wieder Wir werden langsam besser in diesem Spiel Aber ich bin wieder über dir, passt Ach, leck mich doch Bis zum nächsten Mal Joka ist der Beste Wuuu Ne, du bist scheiße Mal wieder Du bist Parce Vielen Dank.